Hallo alle zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sitzen wir im Auto. Das heißt, willkommen zu meinem zweiten Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg nach Amsterdam und zwar aus folgendem Grund. Ich wurde zu einer Preview Night von Jeremy Scott eingeladen, um genau zu sagen, geht es um MAC Cosmetics, weil er ja die neue Kollektion rausgebracht hat. Und ja, diese findet dann halt in Amsterdam statt und ich bin schon gespannt, wie das ganze ablaufen wird. Aber ich lasse es auf mich zukommen. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir beide uns melden, wenn wir angekommen sind. So, wir sind jetzt schon angekommen. Wir haben das Gebäude gefunden, wo das stattfinden wird und sitzen jetzt gerade gegenüber einem Café und schlüften unsere Kaffee sozusagen. Und ja, mal schauen. Also wir haben ja noch eigentlich den ganzen Tag Zeit, denn es findet erst um sieben statt, also sieben Uhr abends. Und wir haben es wie spät? Zwei, ne? Ja, zwei circa. Das heißt, wir müssen mal gleich schauen, wo wir alles hingehen können. Ja, also sucht ihr aus. Entweder diese Seite oder diese Seite. So, wir machen einen kurzen Zwischenstopp. Wir spazieren hier schon die ganze Zeit durch Amsterdam. Und bewundern jetzt eben den Blick. Seht ihr ja dahinten. Wie schön das auch ist. Dann und ich haben jetzt Tickets gekauft für eine Bootstour. Und so wie ich das verstanden habe, fahren wir einmal durch den ganzen Fluss. Genau. Und wir haben jetzt hier für 11 Euro bezahlt pro Person. Auf der anderen Seite gibt es die für 16 Euro. Deswegen empfehlen wir euch, die hier zu nehmen. Die sind genau gegenüber oder also so schräg gegenüber vom Victoria Hotel oder wie hieß das? Park Plaza Victoria oder irgendwie so. Ja, deswegen so viel lassen wir. Park Plaza Victoria oder wie hieß das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da sind wir nun zu Hause gut angekommen. Wir sind echt kaputt. Sieht man mir auch an, glaube ich. Ich kann schon nicht mehr. Lippenstimm weg, alles weg. Oh Gott. So, ich möchte mich bei euch auf jeden Fall bedanken, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und den ganzen Vlog durchgeschaut habt. Ihr könnt mich wie immer mit einem Like, Kommentar und Abo unterstützen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Vlog oder bis zum nächsten Video.